Ich bin da rüber gegangen und da ist eine Bombe hochgegangen. Da waren überall Zombies. Wie interessant. Aber ich hatte eine Granate. Bam, bam, bam. Ups, der Chubba Chubbs will zu Dad. Oh, nicht schon wieder. Wie immer. Los, los, komm schon. Ups, das wollte ich nicht. Schon wieder dieser Lolli. Das passiert andauernd. Schon wieder? Es reicht. Das war's. Ich explodiere gleich. Oh, ich habe eine Idee. Ich werde den Lolli an einen Luftballon binden. Das ist echt clever. Das Kind lässt den Lolli los und... Wow, er fällt nicht runter. Das ist schon besser. Wo ist die Sportseite? Dad hat die Tür offen gelassen. Oh nein. Der Wind pustet den Ballon aus dem Fenster. Mit dem Lolli. Mein Lolli. Nein, warte. Schatz, sieh mal. Das ist deine Tanz-App. Wie wäre es, wenn wir ein Video drehen, in dem du tanzt und gleichzeitig sauber machst. Tolle Idee. Eine Disco-Kugel, eine Nebelmaschine und ein Stroboskop-Licht. Kamera, Licht, Action. Wow, mein Dad ist so cool. Oh ja. Der Staubsauger beweist es. Er schafft das. So schaffe ich das auch. Der Sohn macht alles nach, was sein Dad macht. Und der Schwamm macht ihn zum Superstar. Jetzt wasche ich das Geschirr ab. Wow. Cool. Er hat das ganze Geschirr abgewaschen. Es hat geklappt. Das Kind kriegt einen Wutanfall. Schon wieder. Oh nein. Ich halte das nicht mehr aus. Schon wieder. Wird er sich jemals beruhigen? Und wieder. Den ganzen Tag lang. Die Eltern sind so gestresst. Wir müssen etwas tun. Aber was? Hier ist deine Idee. Er ist eine menschliche Werbetafel. Dadurch schaut jeder zu uns. Und wir können unsere Sachen verkaufen. Hör nicht auf, Kleiner. Ich hab dieses Level fast geschafft. Komm, lass uns spazieren gehen. Nicht jetzt. Wenn ich das Level nicht beende, muss ich von vorne anfangen. Nimm einen Snack. Und dann gehen wir spazieren. Aha. Lecker. Ich will mehr. Wo ist der Keks? Hm. Egal. Gehen wir nun spazieren? Oder nicht? Oh, verstehe. Ich muss etwas anderes ausprobieren. Kein Kind würde zu Süßigkeiten Nein sagen. Ich muss sie nur verteilen. Mom hat noch mehr für mich. Kaugummi. Mehr. Oh, und noch mehr. So viel Süßkram. Das gehört alles mir. Die Süßigkeiten-Spur führte ihn nach draußen. Mom ist glücklich. Sie hat ihr Kind endlich dazu gebracht, nach draußen zu gehen. Und das Kind ist glücklich, weil es eine Tonne Süßigkeiten bekommen hat. Kleiner, ich hab Milch mitgebracht. Hast du Durst? Nein. Ich will spielen. Hm. Wie wär's mit Keksen? Nein. Gut. Ich geh Dad holen. Wir haben es fast geschafft. Stell den Fernseher hier hin. Ja. Kekse. Die sind für das Kind. Schau mal. Hier kommt die Milch her. Von den Kühen. Die Kuh frisst Gras. Der Bauer melkt sie. Und wir bekommen Milch. Lass uns Bauern sein. Ich gieß die Milch in einen Handschuh. Du bist der Bauer. Versuch es mal. Okay. Ist das nicht lustig? Ja. Jetzt trinkt die Milch. Lecker. Die schmeckt gut. Gib mir fünf. Mein Lifehack hat funktioniert. Es ist hart, früh aufzustehen. Und Zähne putzen, bevor man ganz wach ist, ist unmöglich. Was? Oh Mann. Oh, nicht schon wieder. Ich hasse diese Zahnpasta. Jetzt ist Mom wach. Ist das Zahnpasta? Oh ja. Ich weiß, was man machen kann. Ich brauche Backpapier. Zahnpasta. Und den Gefrierschrank. Er wird es lieben. Was ist das? Minzkaugummi. Wow. Cool. Bye, bye, Zahnbürste. Das Kind will nicht sauber machen. Sohn, du willst nicht sauber machen? Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Pass auf die Zeitung auf. Das ist ein Metalldetektor. Damit kann man Schätze finden. Das ist eine alte Piratenkarte. Sie wird dir helfen. Lass uns auf Schatzsuche gehen. Du wirst Kopfhörer brauchen. Wie kann man einen Staubsauger und einen Metalldetektor verbinden? Mit Klebeband. Fertig. Fertig. Der Kleine macht sauber. Während sein Dad Metalldetektorgeräusche macht. Ich habe was gefunden. Zeig mal her. Eine Münze. Das ist Schokolade. Wow. Ich kann es nicht glauben. Leg sie in die Truhe. Viel Spaß bei der Schatzsuche. Mein Dad hält sich für so schlau. Ich will nicht mehr sauber machen. Wo ist mein Schatz? Diese Münzen gehören alle mir. Was? Willst du nicht mehr sauber machen? Das war es wohl mit meinem Plan. Haha. Abwaschen? Abwaschen? Keine Chance. Ich spiele lieber auf meinem Smartphone. Das ist wieder mal typisch. Dad ist sauer. Kein Smartphone, bis du abgewaschen hast. Ich ändere das WiFi-Passwort. So. Ha. Aber Dad. Wie soll ich denn jetzt spielen? Ich schreibe das neue Passwort auf den Teller. Nicht gucken. Du wirst es sehen, wenn du abgewaschen hast. Fang an. Ich will nicht abwaschen. Wo ist das Passwort? Hier. Ich bin wieder online. Ja. Wir essen heute Gemüse. Das ist super gesund. Probier mal. Ich habe keinen Hunger. Du hast nicht mal probiert. Ich will nicht. Na gut. Dann muss ich eben etwas anderes ausprobieren. Willst du einen Nachttisch? Das ist eine neue Eissorte. Hier. Mh. Wow. Das schmeckt gut. Lecker. Es hat geklappt. Er hat das ganze Gemüse gegessen. Wie fandet ihr unser neues Video? Schreibt uns, welche anderen Lifehacks ihr noch so kennt. Wir freuen uns. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst doch ein Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Eisch. Bis zum nächsten Mal. claiming. Lieb wird das ganze Mal.